In diesem Video erfährst du das Nummer 1 Geheimnis, wenn es um das Thema Berufung finden geht. Nein, natürlich nicht, denn du und ich, wir wissen, dass es so etwas wie das Nummer 1 Geheimnis oder so etwas wie die magische Pille, die du nur noch schlucken musst und dann findest du deine Berufung und wirst nie wieder einem Job nachrennen, der dich nicht wirklich erfüllt, dass es so etwas einfach nicht gibt. Aber vielleicht habe ich dich neugierig auf dieses Video gemacht und was ich dir mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass es ein sehr wertvolles, essentielles Puzzlestück gibt zum Thema Berufung, was die meisten Menschen und vielleicht auch du gar nicht erst auf dem Radar, gar nicht erst auf dem Schirm haben und was ihnen dann noch fehlt, um ihre Berufung wirklich zu finden und sie zu leben. Das heißt, wenn du gerade an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du immer mehr realisierst und erkennst, dass du deine so kostbare Lebenszeit, die by the way nie wieder zurückkommt, sondern in jedem Moment einfach abläuft, dass du realisierst, dass du deine so wertvolle Lebenszeit in Tätigkeiten investierst, wie zum Beispiel deine Arbeit, die dich nicht mehr wirklich erfüllen. Ja, und wenn du sogar ganz ehrlich mit dir selbst bist, und ich weiß aus eigener Erfahrung, das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, dass du vielleicht sogar realisierst, dass du deine kostbare Lebenszeit in Tätigkeiten steckst, die dir sogar Kraft, Lebensfreude und Frieden einfach rauben. Und das ist erstmal krass, das anzuerkennen und das zu realisieren. Aber das ist der erste Schritt, um das auch wirklich zu verändern. Das heißt, wenn du das kennst und an diesem Punkt bist, dann ist dieses Puzzlestück sehr, sehr wichtig für dich. Dieses Puzzlestück entscheidet über sehr, 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 sehr viel. Und dieses Puzzlestück hat drei verschiedene Elemente, drei verschiedene Aspekte, auf die ich jetzt in diesem Video genauer eingehen werde. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hey Patrick, komm mal zum Punkt, was ist denn das Puzzlestück? Und ich kann es dir sagen, so das Puzzlestück ist deine Lebensphilosophie, deine, man kann auch sagen, Lebenseinstellung. Was ist denn das überhaupt? So, lass uns das mal anschauen. Deine Lebensphilosophie ist so etwas wie deine innere, unsichtbare Brille, durch die du in jedem Moment schaust. Also auch jetzt gerade. Durch diese Brille schaust du auf das Leben, du schaust auf das Universum, du schaust auf dich selbst, auf deine Beziehung, auf Geld, auf den Typen, der da spricht, auf Sexualität, einfach auf alles. Und du merkst gar nicht, dass diese Brille da ist, weil du kannst sie ja nicht sehen, sie ist unsichtbar. Aber diese Brille entscheidet über alles. Die Art und Weise, welche Brille du hast, entscheidet darüber, ob du dich selbst lieben kannst, entscheidet darüber, ob du deine Berufung wirklich findest, sie lebst, den Mut entwickelst, ihr überhaupt zu folgen. Diese Brille, durch die du in jedem Moment schaust, entscheidet über deine Beziehungen, ob sie glücklich sind, wie viel Freude freigesetzt sind oder wie viel du streitest, wie viel Fülle du in deinem Leben hast oder wie viel Mangel du erlebst. Diese Brille, durch die du alles siehst, entscheidet über alles. Es ist eine Art Softwareprogramm in dir, was dich lenkt, was deine Entscheidungen beeinflusst, was die Art und Weise beeinflusst, wie du bist, was du machst und so weiter und so fort. Es ist ein tiefer, tiefer Kern in dir. Und es gibt drei ganz wichtige Aspekte von dieser Lebensphilosophie, die gleichzeitig aber auch drei Fragen sind, die werden wir jetzt gleich anschauen, mit der sich diese innere Software, deine Software die ganze Zeit beschäftigt. Stell dir vor, deine Software, diese Brille, durch die du die Welt siehst, in dieser Software sind drei Fragen programmiert worden. Und diese Software hat die Aufgabe, die ganze Zeit sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und auch eine Antwort zu finden. Und die Software muss eine Antwort auf diese drei Fragen finden, damit sie funktionieren kann. Man kann auch sagen, du selbst musst eine Antwort auf diese Frage haben, damit du irgendwie zurechtkommst auf diese Welt. Jetzt ist es aber so, dass diese Software oder diese innere Brille ja unsichtbar ist. Das heisst, du merkst gar nicht, dass du dich mit diesen Fragen beschäftigst und du merkst auch gar nicht, dass du in dir, tief in dir, schon eine Antwort hast auf diese Fragen. Und das muss nicht die richtige Antwort sein, aber für dich muss es einfach irgendwo Sinn machen. Und die Antwort auf diese drei Fragen, die ich dir gleich vorstellen werde, das ist der Kern dieser Software, das ist der Kern der Lebensphilosophie, das ist der Kern der Lebenseinstellung, der Kern dieser Brille. Und diese drei Fragen am Ende des Tages, es sind noch mehrere, aber diese drei Fragen sind der Kern und die entscheiden über alles. Die entscheiden darüber, wie du das Thema Berufung siehst und wie du da rangehst, ob du sie lebst oder nicht, ob du gefangen bleibst in einem sinnlosen Arbeitsalltag, der dich nicht erfüllt oder ob du schaffst auszubrechen. So bist du ready für diese drei Fragen. Sehr gut. Wenn ja, perfekt, denn ich brauche dich hier in diesem Video richtig wach. Also die erste Frage, mit der deine Software sich in jedem Moment beschäftigt, ist, wer bin ich? Und bevor du gleich sagst, ja, ich bin die Nina, ich bin der Philipp, Pascal, Patrick, Miriam, was auch immer. Nee, 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 ich meine nicht dein Name. Ich meine nicht deine Nationalität. Ich meine nicht dein Geschlecht. Ich meine, wer bist du wirklich, wirklich? Bist du dieser Körper hier, der da sitzt oder hier steht? Oder hast du nur diesen Körper? Ja, natürlich kannst du sagen, ja, was ist das für eine Frage? Natürlich bin ich diesen Körper hier, weil ich nehme das ja so wahr, aber dann möchte ich dir einfach Folgendes sagen. Schau, du nimmst die Realität sehr, 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 sehr begrenzt wahr. Ja, ich auch, wir alle können nur einen kleinen Bruchteil dieser Realität wahrnehmen. Sehr, sehr begrenzt. Ja, sehr, sehr begrenzt. Und wenn du sagst, doch, ich weiß, ich bin dieser Körper hier, dann möchte ich dich fragen, okay, woher weißt du das? Wo bist du dir so sicher? Wie kannst du dir so sicher sein, dass du diesen Körper bist und ihn nicht nur hast? Und wenn du den Körper hast, wer ist denn das, die oder der, der den Körper hat? So, die erste Frage beschäftigt sich damit, wer du bist und was deine Rolle hier in diesem unendlichen Universum ist. Ich meine, wer bist du in Bezug in diesem Kontext dieses riesigen Universums? Und schau, vielleicht hast du über diese Frage noch nie in der Tiefe wirklich nachgedacht. Aber die Antwort, die du dir unbewusst gibst, die Antwort deiner Software auf diese Frage entscheidet alles. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du durch diese Welt gehst im Glauben, in der Erfahrung, das hier ist mein Körper und wenn dieser Körper einmal stirbt, dann ist alles hier vorbei und ich bin auch vorbei und alles ist vorbei, ist ein riesiger Unterschied, ob du das so siehst oder ob du vielleicht glaubst oder vielleicht sogar erkennst, dass du diesen Körper nur hast und dass du viel mehr bist als nur dieser Körper und dass dieser Körper stirbt, aber dass es etwas von dir gibt, das einfach bleibt. Und hier kommen wir zur zweiten existenziellen Frage, mit der sich deine Software die ganze Zeit beschäftigt und durch die Antwort du hindurchschaust, ob du es merkst oder nicht und das ist die Frage, was ist Tod? Was ist Tod? So, was passiert, wenn du stirbst? Gibt es vielleicht etwas, was niemals sterben kann? Gibt es etwas von dir oder auf dieser Welt, in diesem Universum, was niemals sterben kann? Weil etwas ist klar, alles hier in der physikalischen Form, in dieser physikalischen Realität, was nur eine Dimension ist, kommt, ist für eine kurze Weile hier und verschwindet wieder. Dein Körper ist Staub, ist Boden, wird wieder zu Staub, wird wieder zu Boden. Die Sonne ist jetzt gerade hier, aber eines Tages, ich weiß nicht in wie vielen Milliarden Jahren, wird diese Sonne nicht mehr existieren. Sie wird aufzubrennen und sie erlischt. So alles hier, was du sehen kannst, hat ein Anfang und ein Ende. Alles unterliegt Tod und Geburt. Geburt und Tod. Aber die Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen, unbewusst beschäftigen und auch für uns eine Antwort haben, bewusst oder unbewusst, ist, gibt es etwas, was niemals sterben kann? Und wenn wir diese Frage uns stellen, kommen wir schnell zum Punkt, okay, gibt es so etwas wie ein Gott? Gibt es Gott? Was ist Gott überhaupt? Und ich meine, nicht in diesem traditionalistischen Weltbild, der Gott ist ein Mann mit Bart irgendwo da im Himmel und ist personifiziert und entscheidet über alles. Das ist ein sehr magisches, mythisches Bilddenken von Gott. Aber gibt es so etwas wie eine Quelle von allem? Gibt es so etwas wie eine Quelle von allem? Und wenn es so etwas geben würde, ist es dann nicht so, dass wir alle mit dieser Quelle verbunden sind? Und dass wir dann auch mit allem in diesem Universum verbunden sind, weil es keinen Platz in diesem Universum gibt, an dem diese Quelle nicht wäre. Weil alles lebt. Alles lebt auf seine Art und Weise. Alles ist lebendig. Wir leben in einem lebendigen Kosmos. So, die Art und Weise, wie du dir diese Frage beantwortest, nochmal bewusst, unsichtbar oder bewusst, präsent, entscheidet über alles. Entscheidet über so viel in deinem Leben. Blickst du auf diese Welt und glaubst, das hier ist es, all das, was ich sehen kann, diese physikalische Realität, das ist es, ein materialistisches Weltbild, das ist es. Oder bist du offen dafür, zu sagen, okay, ich weiß es einfach nicht und ich gehe dieser Frage nach. So, die dritte Frage, die deine Software sich permanent stellt, ist, wofür bin ich hier? Was mache ich hier überhaupt? Was mache ich hier? So, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn dieses ganzen Universums, dieses Lebens? Was ist es? Und wenn du dir diese Fragen bewusst stellst und in diese Fragen hineintauchst, du sie konstruktiv kritisch hinterfragst. Weißt du, nicht einfach, weil irgendwo in einem Buch oder irgendwo ein Guru gesagt hat, so ist es. Nee, du befragst es konstruktiv kritisch, hinterfragst es und bist auch bereit, eigenverantwortlich, also selbstständig darüber nachzudenken und jetzt kommt's, auch versuchst deine eigenen Erfahrungen zu machen. Das heißt, diesen Fragen erfahrungsbasiert nachgehst, das entwickelt deine spirituelle Intelligenz. Weil das ist Spiritualität, dir diesen Fragen nachzugehen, ist Spiritualität, unter anderem. Spiritualität hat nichts damit zu tun, ob du an Engel glaubst, an Gott glaubst oder nichts, es gibt viel Hokus Pokus, sondern dich mit diesen essentiellen Fragen in der Tiefe, konstruktiv kritisch, erfahrungsorientiert zu widmen. Das ist Spiritualität und das entwickelt deine spirituelle Intelligenz. Und warum ich sage, dass das für deine Berufung auch so wichtig ist, ist, weil du durch deine spirituelle Intelligenz ein ganz anderes Gefühl dafür bekommst, was deine Aufgabe hier in diesem Kosmos ist, wofür du hier bist, was wirklich, wirklich wichtig für dich ist. Und das verändert die Art und Weise deiner Brille, durch die du die Welt schaust und das wiederum verändert dein Verhalten. Das wiederum verändert deine Ergebnisse, die du da draussen erzielst. Und das wiederum verändert deine Erfahrungen, die du da draussen machst. Und das ist dann so ein Kreislauf, der dich in eine neue Realität katapultieren kann. Eine ganz neue Realität, wo du in zehn Jahren oder in fünf Jahren zurückblickst und denkst, fuck, welche Realität lebte ich damals in fünf, zehn Jahren? Heute kann ich ja ganz andere Dinge wahrnehmen. Ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich denke ganz anders über die Dinge nach. Ich merke, dass ich viel, viel schichtiger bin. Ich nehme mich in all den verschiedenen Schichten, in denen ich auf dieser Welt bin. Auf der körperlichen, mentalen, emotionalen, aber auch spirituellen Ebene, Bereich des Bewusstseins, ich nehme mich ganz anders wahr. Und dann verändert sich alles und somit auch deine Berufung und dein Leben. Und wenn du gerade an einem Punkt bist, an dem du Unterstützung brauchen kannst, um etwas tief in diese Fragen einzutauchen, um deine Berufung wirklich zu finden, Klarheit darüber zu bekommen, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Du findest den Link unten in der Beschreibung, kannst du da einfach draufklicken und dir ein kostenfreies, klares Gespräch mit dem Paul buchen. Das Human Elevation Mentoring ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives Mentoring-Coaching, an dem ich dich an die Hand nehme, mit deinen inneren Blockaden auflösen, deine Handbremsen auflösen, die dir noch im Weg stehen, damit du Klarheit über deine Berufung findest und sie auch wirklich leben kannst. Cool, dass du bis zum Schluss hier geblieben bist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, abonniere auch gerne diesen Kanal, nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, sodass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video, mach's gut, dein Patrick, bis dann, bye bye.